Ich weiß noch, wie ich vom Fernseher saß, als ich zehn war. Stell dir mal vor, mir hätte einer gesagt, wenn meine Mutter zu mir gesagt hätte, guck mal, das ist deine zukünftige Ehefrau. Schatzi, guck gut hin. Ich fand dich einfach nur cool. Ich habe das ja gesehen, wie alle DSDS geguckt haben. Und ich fand dich einfach cool. Ich habe gedacht, boah, was für eine coole Frau.